Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Die Wohnung verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 75 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.800 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.